Also, jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht Ja gesagt. Ja gesagt zu Diesel-Fahrverboten. Das heißt, die Kommunen dürfen für besonders platzische Strecken, für ihre Kommunen oder was ich weiß es nicht, Dieselfahrverbote verhängen. Oh mein Gott, was ist denn mit den ganzen Taxis und den chattischen Sportparks, den ganzen Rettungswagen, die mit Diesel betrieben werden. Dürfen die denn dann noch fahren? Das ist doch alles, was er soll. Die Ökos, die sind jetzt froh. Weniger Feinstaub, aber ist doch alles gar nicht bewiesen. Jetzt bricht alles zusammen. Diesel-Fahrer, wehrt euch. Und never mind, destroy. Jesus.